Spät, aber glücklich. Vlog Nummer 17. Heute nur Good Vibes. Wie versprochen, ich komme gerade vom Laufen. Wie ich gestern bereits geschildert hatte, hatte ich super schlechte Laune, dann war ich Laufen und danach ging es mir unfassbar gut. Heute direkt das gleiche normal gemacht. Ich hatte einen guten Arbeitstag, ich habe meine Wohnung erst mal drei Stunden lang wieder auf Vordermann gebracht, geputzt, aufgeräumt und war jetzt noch schön Laufen und mir geht es einfach gut. Und ich freue mich so sehr, dass ich persönlich einen Weg gefunden habe, um aus so einem kleinen Loch, nenne ich es jetzt mal, rauszukommen. Ich habe mir jetzt nochmal einen schönen Falafel-Döner geholt, den gönne ich mir jetzt, den habe ich mir verdient. Morgen geht es ins Büro, ich freue mich meine Arbeitskollegen wieder zu sehen, ist jetzt lange her und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Abend, macht's gut, ciao.